Ein herzverfrischendes Moin Moin und willkommen zur zweiten Folge RimWorld. Ja, beim letzten Mal haben wir unsere Kolonie schon ein bisschen errichtet und schon die ersten Aufträge verteilt. Ja, und Omi ist gerade dabei ein paar Sachen wegzutragen. Chili und Merendil sind am Pennen. Ja, dann wollen wir einfach mal aus der Pause raus und loslegen. So, da es so aussieht, als würde ich eine Weile bleiben, schlägt Omi vor, dass hier dieser Gemeinschaft einen Namen geben sollte. Okay. Legion. So. Außerdem meint Omi, dass die Siedlung einen Namen braucht. Schwierige Sache, ne? Okay. Stormhold. Okay. So. Also, jetzt heißt es Hannibal's Legion und der Wort heißt Stormhold. So. Hey Leute, wie ist es jetzt? Äh. Ab. Es ist mir egal, ob ihr müde seid. Gestörter schlaf dreimal. Ja, ist gut. So, wo ist Omi. Ach, da ist sie. Gerade das im Backtrag. So. Architekt. Strukturen. Wand. So, jetzt muss ich mal gerade schauen, wer ist denn da eigentlich für prädestiniert vom Bauen? Das ist Mirandil. Okay, dann sagen wir einfach, soll es arbeiten. Soll es schon mal anfangen zu bauen und wer ist in Sachen Bergbau? Sind sie alle relativ gleich unterwegs? Ja, muss jetzt erstmal ein bisschen um ihm, muss man ein bisschen schlafen. Ist ja nicht schlimm. Ein Jäger ohne Fernkampfwaffe. Schauen wir mal ins Inventar. Kann man denn noch Waffen? Das sind Bauteile. Ist hier irgendwo noch eine Waffe rum? Daran zufällig? Ich glaube nicht, ne? Ja. So, Bio-Fernkampf? Kann sie gar nicht. Ja, können wir oben hier auch den Revolver fallen lassen. So. Jäger ohne Fernkampfwaffe ausrüsten. Da haben wir das auch schon mal wieder geschafft. Ja, ich weiß. Ich habe sie geweckt. Eindruck abscheulich, ja. Das ist mir auch klar. Nordspring. Okay. Wir haben also ein durchdrehendes Eichhörchen. Okay. Ja, ist gut. Ich weiß, dass ich noch Sachen herstellen muss. Okay. Tod in 22 Stunden, na toll, wir können bauen, 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 Merendi war das, ja, so, Möbel, so, jetzt bauen wir, wir wollen nicht andere, wer kann denn bei uns, ähm, Pflege, Omi, äh, Merendi, hier, noch ein Bett, hier, 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 Omi? Wo bist du? Wir haben noch... Ja, müssen wir jetzt mal schauen... ... Hmmm... So, warum kann ich jetzt nicht hier? Wie mache ich das denn jetzt? Arbeit? Ja, Behandlung benötigt. Selbstversorgung deaktiviert. Hä? Verweigert sozial. Okay. So. Jetzt haben wir es glaube ich hinbekommen. Dass unsere Chili dann doch nicht sterben muss. Ich hoffe es zumindest. Na ja, was soll's. Komm. Okay. Okay. Okay, sterben tut sich schon mal nicht mehr. Aber sie kriegt jetzt eine tolle Fressattacke. Na toll. Das ist doch super. Da freut man sich doch. Ach Chili, was soll das? Warum muss ich jetzt, warum muss ich jetzt die Fressattacke kriegen? Strukturen. Wir müssen noch irgendwo. Ähm. Funktion. Funktion. Okay. Okay. But then. Wir müssen noch nicht anders machen. Ich schmeiße. Hier sind wir auch nicht mehr. Ich wele. Wir müssen noch mal alles machen. Das ist egal. Halleluja! Und was macht überhaupt der Köter hier? Ah, ok. Zone... So... Wo sind denn jetzt die Gebiete? Keine Drogen, keine Drogen. Ähm... So, wo haben wir denn jetzt die Zonen gebaut? Dafür... Wir haben ja keine Lagerzone... Tiere... Das wollte ich jetzt nicht... Anbauzone... Diverses... Entspannung... Temperatur... Böden... Sicherheit... Möbel... Strukturen... Befehle... Zone... Hm... 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 Äh... Produktion... Also Strom... Hm... 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 Hmm... Untertitelung. BR 2018 Wo willst du denn jetzt hin? Stahl. Okay. Omi ist fleißig am klopfen. Aber wie lange soll denn die Fressattacke noch gehen? Na, komm. Ansonsten hast du doch eh schon alles aufgefasst, was wir haben. Und wir kommen richtig in Probleme. Na, teil. So. So. Wo haben wir denn noch Stahl? Wenn wir noch irgendwo im Stahl rumliegen. Kalkstein, Schieferbrocken, Stahlschlackenbrocken, komm. So, Omi. Äh, was war der Blödsinn jetzt? Abbauen. Strukturen. Ähm, Produktion. Da brauchen wir ja noch jetzt. Hm, Herd. Äh, was war der Blödsinn? Ach nee, kein Überfall, bitte. Äh, was war der Blödsinn? Äh, was war der Blödsinn? was hat der Medizin, Bergbau setzen wir mal kurz auf Pause ja, und ich sehe schon gerade die Folge geht so langsam zu Ende ja, ich sage dann einfach mal, bis demnächst bei RimWorld